willkommen zu einem neuen video kein player review heute dafür schauen wir uns heute wie schon im letzten jahr die unbeliebtesten karten in fifa 23 angemessen an der football community wir schauen uns hier verschiedene spiele an wo wir sagen müssen sie können natürlich noch so gut sein aber die kamen so bei den leuten generell meistens kaum bis gar nicht an deswegen start für direkte mit dem beispiel dem exe exemplarisch zum beispiel aller möglichkeiten mit kilian mbappes zweiten player auf dem man das war eine karte wo alle leute dachten ihr habt ihr ins ins gehirn scheißen lassen wenn wir uns den ersten player auf dem mann angucken da haben schon viele gesagt huiuiui zwei millionen münzen für den plus 1 upgrade auf fast jenseits auspassen das hat ordentlich dislikes regnen 14.000 aber bei dem 93 player auf dem mann hat ja noch mal den vogel komplett abgeschossen da war es zum 92 auch wieder nur teils plus 1 plus 2 nichts wo man sagen muss alter krasse karte die musik für fucking 4,8 millionen münzen dementsprechend gab es hierfür über 21.000 dislikes im verhältnis zu 1200 likes das waren wahrscheinlich auch die einzigen leute die gesagt haben ich muss diesen mp unbedingt abschließen weil ich habe ja den 92 verpassen absolut geistesgestört diese preise diese karte dass das war einfach nur ich weiß nicht was ihr sie dabei gedacht hat selbe spiel haben wir bei dieser karte die war dem die war nicht so teuer der kam im ende februar raus rodrigo eine 85er karte bekommen das war irgend sondern so eine art moment irgendwie das waren das für eine karte genau champions league moment sbc für irgendein spiel wo man dachte okay cool brauche irgendwie keiner sah einfach auch zu dem zeitpunkt nicht mehr geil aus im ende ende februar die karte mit 81 schuss raus zu hauen und er hat tempo war okay aber für ein flügel auch schon fast schon nicht gut genug dribbling war auch nicht so geil und dafür halt sehr 80.000 münz zu bezahlen dachte man auch warum soll ich es machen das haben die wenigsten getan dementsprechend gab es auch fast 10.000 dislikes für diese karte und natürlich ich habe ihn gerade erwähnt bei ps in form in ps erste player auf der mann karte hat eben auch ordentlich dislikes bekommen war auch nicht krass anders zu seinem zu seinem beim in form er hat was im kuchen mal kurz wann kam der was am 8 26 januar hat zwei millionen münzen gekostet die sbc sein in form kam raus man kam der raus er kam ja okay er kam schon im oktober raus im januar was hat er noch gekostet schon mal vergessen was wir einen tag ich gesagt habe schon mal zu gegen januar da gab es nämlich diesen einbruch hier da war der noch 1,5 1,7 1,6 millionen münzen wert kann man sagen okay der in form ist billiger als ein player auf dem mannfalls sbc ist ja meistens so dass die player auf die die sbc euro sind dann als die spieler auf dem markt aber das hat dann irgendwie kein ein symbol anscheinend den dann abzuschließen weil eben es in den form schon gab und das ist kranker preisunterschied zum beim zu seiner normalen gold karte die ja eben auch schon sehr 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 krass war für eine sehr lange zeit und sich eben auch nur wie wir sehen können mit nur plus eins auf einzelne werte unterschieden hat deswegen war dieser preisunterschied auch von der gold karte ende januar ende januar ende januar war ja der war bei 700.000 800.000 münzen hat eben auch da so einen leichten einbruch bekommen der war davor ja bei 800 900 hat sie immer so um die 800.000 münzen gependelt und dann 1,1 waren es 1,3 millionen mehr zu zahlen bin plus 1 das wollte keiner bei rush forts dritten player auf dem mannf haben sich einfach viele abgekackt abgefuckt darüber dass er zum einen natürlich sehr teuer war dafür dass er im märz raus kam mit fast 600.000 münzen war schon ordentliche stange münzen die man daraus pumpen musste ja sehr sehr gute werte wir alle wissen wie krass rush fort sein kann aber was die meisten leute abgefuckt hat war diese sache und drei sterne week foot war dann halt einfach für die leute einen punkt wo man sagen muss er hatten einen inform bekommen da sagt man okay hat er einen platt und man stand an inform bekommen das sagt man auch noch okay dann hat er einen zweiten player auf dem mannf bekommen da sagt man hallo dann hat er einen dritten player auf dem mannf bekommen immer noch kein tritt kein forster week foot das hat einfach viele abgefuckt deswegen die vielen dislikes und ja dann gab es den man hier der war ja gefühlt ich weiß gar nicht mal letztes jahr auch schon so teuer auf jeden fall gibt es immer so jedes jahr so eine primary karte wo man sagen muss was zum fick habt ihr geraucht 600.000 münzen für eine karte die auf den ersten blick okay aussieht es war eine showdown karte er hat ein upgrade bekommen immerhin also das heißt diese werte waren vorher nicht so heißt es war ja noch schlimmer es war nur neunziger glaube ich und hatte nicht diese werte die auf dieser karte sind es war natürlich wahrscheinlich dass city da gewinnt aber ich finde dieses upgrade auch schon nicht geil dafür dass er 600.000 münzen gekostet auch er hier viele dislikes kassiert weil zu dem zeitpunkt war er einfach unfassbar teuer ihr ende märz 900.000 münzen weiß gar nicht ob es ob es noch mehr waren oder ob sich dann zum ende soeben eingependelt hat aber er war ultra teuer für eine karte wo man sagen muss ja ist schon geil wenn man hat das war halt auch eine karte wo man sagen muss er den hatte nicht jeder den hat nur die leute wo ich gesagt haben kommt ich will unbedingt mit kanteen auch mal spielen aber der war ultra der war so teuer der war so teuer stichwort teuer richarlison kam ende januar raus auch unfassbar teuer 500.000 münzen für die karte wo man sagen muss er ist jetzt auch nicht so ultra krass besonders jahr 5 star week foot okay kann viele positionen spielen okay hat gute werte eigentlich an sich aber er war einfach er war viel zu teuer diese premier league texas und lächerlich wir bleiben weiterhin bei teuer und einem sehr aktuellen beispiel wir können uns auch diese karte mal angucken an zu fahrt dies erste spc die war ja schon ultra teuer mit damals 300.000 münzen der kam im november raus und zu dem zeitpunkt waren ich weiß gar nicht ja die werte waren glaube ich schon sehr gut aber einfach krass teuer und das war jetzt halt eben wieder so bei dieser karte die vor kurzem raus kam einfach 800.000 münzen für einen vater der ja natürlich 99 schuss hat 98 tempo 5 star 5 star alles geil aber dribbling dribbling sollte dann doch noch mal krasseren unterschied machen innerhalb von wieviel monaten neun monaten also bloß 4 finde ich auch ein sehr aktuelles beispiel der sogar noch aktiv und abschließbar ist open da 97 karte denkt man erstmal oha open da 90 tempo 97 dribbling 6 9 schuss 97 physisch 94 pass geile werte aber natürlich super scheiße einzubauen natürlich ist er günstig aber die leute dachten hat forster skills im fucking september ea wollt ihr uns verarschen haut doch den mit 55 raus dann hätten den auf jeden fall viel viel mehr leute abgeschlossen dem war leider nicht so aber nur gut selbes prinzip bei daily blind keiner will diesen abschließend keiner wollte ihn abschließen zum ein ja er war ultra günstig mit 60.000 münzen gar kein thema brauchen nicht darüber diskutieren aber er ist ein innenverteidiger kann auch sechser spielen klar ist aber nur 180 groß hat gutes tempo sehr guten passt gute defensive werte gute werte aber zu dem zeitpunkt hat einfach jeder schon ganz andere spieler in seiner innenverteidigung zumal man ihn ja auch noch versuchen muss zu linken das war halt das große problem deswegen wollte ihn keiner deswegen gab es einige dislikes und diese dislikes gab es auch für ihn carvalho ja er hat 500 likes zu 1000 dislikes aber ihn kann man auch noch machen ich finde aber er ist unfassbar teuer warum sind all diese spc so teuer gewesen 600.000 münzen für eine karte die ja gute werte mit 99 defending geil 5 star week wurde auch sehr stark aber auch er ist 183 groß nicht der größte innenverteidiger er ist nicht auf lenke auch schon mal scheiße als innenverteidiger und halt auch die kack liga ja er ist ein hero ja er liegt immer voll auf seiner position aber ich glaube jeder hat in seinem team inzwischen deutlich bessere allein koulibaly was schon deutlich deutlich bessere innenverteidiger sind die nicht in diesem preissegment mit dann ganz exemplarisch einfach nur mal mbappé rausgenommen mit dieser karte diese roten katar world cup karten irgendwie die keiner haben wollte jeder in seinem verein hatte wo man sich gefragt hat was zum fick will ich mich dieser ganzen scheiße nehmen die aus meinem verein raus die müllte einfach nur mein club zu nervt mich nicht damit ja es war dadurch vielleicht einfacher in mbappé zu ziehen ja sieht cool aus gutes design aber es war für jeden klar diese karten werden irgendwann weg sein ihr konntet mit denen spielen aber es war klar okay diese nicht für immer diesen irgendwann einfach weg ich weiß gar nicht mehr wofür man die benutzer zum eintauschen für irgendwelche irgendwelche aufgaben ich weiß es nicht mehr aber es war auf jeden fall sache wo man dachte macht das weg ich will es nicht mehr gott sei dann kann man jetzt nein scheiße wäre mehr europameisterschaft vielleicht vielleicht kriegen wir dann wieder so dann auch hier exemplarisch der kam raus auch ganz am anfang ich glaube der kam mit release raus gab es ja diese karten ja erst ja 23 dezember oder die kam relativ früh raus diese karten da gab es eben was war das wie nannte man die world club world cup history makers da gab es noch verschiedene da gab es ja noch auch ein mbappé und was gab es noch ich weiß gar nicht auf jeden fall viele karten denn theo hernlandes gab es noch das einfach teils upgrades teils downgrades glaube irgendwie den 86er papier oder so wo man dachte okay cool habe ich halt mp als starter klar nicht die gold karte die natürlich viel besser ist aber immerhin aber die karten waren auch so unfassbar genauso unbeliebt man diese karten nicht die trophy titans an sich sondern die sache die tatsache dass es von den trophy titans zwei versionen gab es gab einmal die schwächere und dann noch die maßlos geisteskrank übertrieben gute die meisten leute haben natürlich diese karte gezogen wohingegen die meisten aber diese karte haben wollten diese karte die 94 torres karte hatten unfassbar upgrades bekommen wohingegen jeder dachte krass ich hab da ausgezogen alter was geht ultra viel wert nein im prinzip war er nicht besser als irgendein spanischer gold stürmer das war einfach so nervig weil man hat da einfach nur random irgendwelche special cards in den raum geschmissen die keiner wollte die schon von anfang an mit release unfassbar billig waren wo er hat sich einfach jeder gedacht hat okay was will ich mit dem der ist nicht besser als die spieler beim aktuellen team obwohl da noch gold leute drin rumlaufen brauche ich nicht auch hier wieder kategorie viel zu teure spc und kuku kam damals raus im ende märz 31 märz kam heraus und war halt einfach so ja was will ich mit ihm was fange ich mir die man es war natürlich im kuku sehr sehr gute karte muss man gar nichts sagen das war sowohl seine gold karte als auch seine world cup karte seine natürlich seine team of the season karte und auch die karte war wahrscheinlich habe sie nie abschossen weil viel zu teuer eine sehr gute sp eine sehr gute karte weil im kuku halt einfach sehr flexibel einsetzbar ist und sehr sehr viel spaß macht aber er war einfach geisteskrank teuer genauso wie er hier ich weiß gar nicht ob er immer diesen preis hatte aber er kam halt auch schon relativ früh raus er kam noch vor weihnachten raus hat fast 500.000 münzen gekostet und war halt einfach so ein bisschen in downgrade zu seiner zu seiner normalen karte aber das problem das große problem war er war zu dem zeitpunkt nicht mehr bei man united heißt hatte kein verein heißt die hat ihm stadtverein einfach nur den club portugal gegeben heißt man konnte ihn einfach nur mit portugiesen linken nicht mit diesem portugal karten weil die hatte keiner glaube ich ein irgendwelche guten portugal karten heißt jeder musste irgendwie auf krampf portugiesen in seinem team einbauen um ihn spielen zu können auf voller chemie und das war für viele hat einfach so ein richtiger downer da fast 5000 likes aber halt auch einfach doppelt so viele dislikes für eine karte wo man sagen muss steht ja es ist christian ronaldo ja er wird sich krass spielen ja es ist geil erst dass er flügel spielen kann und stürmer spielen kann trotzdem aber die linkbarkeit war halt so ein arschbums das wollte dann einfach keine haben und zu guter letzt nehmen wir ihn noch mit rein auch kategorie viel zu teuer in der spc er kam im november raus und zwar ein probe lewandowski 92 karte plus 1 upgrade auf seine seine gold karte alle dachten es ist lewandowski wahrscheinlich wollten viele andere einfach einen anderen player of the month haben weil ein lewandowski halt einfach nicht war halt einfach nicht nee es hat keiner für fifa das hat eben das problem zumindest keiner für ultimate team wo es mehr darum geht einfach tempo zu haben schnell zu sein und da war ein lewandowski auf jeden fall einer falschen stelle leute die mit ihm umgehen konnten wussten wie man ihn einsetzt aber es war ein lewandowski der hat sie halt ein bisschen angefühlt wie ein monster truck wie einfach wie ein lkw da vorne drin und es wollte dann halt niemand deswegen bei vielen leider hat das nicht ins team geschafft auch ich habe mit denen den habe ich nicht mit dem arsch angeguckt dafür dass er eben das was man da bekommen hat auch 300.000 münzen zu teuer war einfach nichts einfach nichts wahre ich gehe gerade sagen noch so die karten durch die man vielleicht noch erwähnen könnte aber mir fällt hier eigentlich nichts mehr auf und geraldo becker hatte er zwei karten wo die eine auch nicht so gut ankam mcguire wurde lustigerweise einfach untergebotet aber ansonsten eigentlich alles karten wo man sagen kann okay das ja mein gott das soll es also davon gewesen sein das war meine top keine ahnung 10 15 20 an karten die unfassbar unbeliebt waren in diesem spiel haben wir jetzt auch letztes jahr auch schon gemacht ihr dürft da oben gerne drauf drücken um den kanal zu abonnieren und kein video mehr zu verpassen um bei fc 24 direkt am start zu sein da geht es ja nächste woche freitag los ich werde gucken dass ich da direkt möglichst viel content raus klatschen kann wir schauen auch mal ob wir irgendwelche upgrades data teams irgendwie öffentlichen können für jegliche liegen ansonsten lasse ich mich jetzt aus teleportieren ihr drückt eben wie gesagt da oben drauf oder auf der seite irgendwo auf eins der beiden videos und schaut euch dieses an ich verabschiede mich wir sehen uns im nächsten video bis dann und tschüss